Okay, herzlich willkommen zurück. Heute geht es um das Schlüsselwort Auto, das ihr jetzt vielleicht schon ein paar mal gesehen habt. Auto ist ein neues Schlüsselwort, was euch den Typ definieren kann. Das gibt es noch nicht so lange, also schon eine Weile jetzt, aber das nutzt quasi zur Compile-Zeit, was ihr da in Informationen reingepackt habt, um den Typ rauszufinden. Das heißt, wenn ich jetzt hier zum Beispiel, also das wird wirklich statt sowas wie int verwendet, dann muss ich keinen Typ mehr dann angeben. Das heißt, ich kann hier sowas machen wie Auto x ist gleich 5. So, und was dann Auto natürlich macht, ist, es leitet mir ab, dass dieses x jetzt plötzlich natürlich 5 sein muss, beziehungsweise dass es x vom Typ her ein Integer sein muss, weil es passt nichts anderes da drauf. So, ich mache jetzt mal folgendes und setze hier einen Breakpoint, denn so kann man sehr, sehr gut sehen, was für ein Typ dabei eigentlich rauskommt. Wir sehen hier, dass das ganze Ding den Typ Integer hat. Wenn ich jetzt hier allerdings, sagen wir mal, 5,5 machen würde und dann nochmal debugge, dann sehen wir, dass wir hier plötzlich als Typ automatisch ein Double rausbekommen. Und das ist der coole Prozess dabei. Wir kriegen automatisch den richtigen Typen. So, wenn ich jetzt hier, übrigens auch eine ganz coole Funktion eigentlich, die es auch noch gar nicht so lange gibt, toString und ja, die kann man dann so da rein machen und dann kann ich hier nochmal debuggen und dann sehen wir, was ist denn eigentlich mein x. Naja, natürlich ist es ein String geworden und der Wert in meinem String drin ist natürlich, na komm, mach es auf, ist natürlich hier, ähm, gut, okay, das kann man nicht so gut sehen, aber es ist eigentlich 5. So, ähm, hä, hat es jetzt einmal von vorne gestartet, warum hat es das, ach, ja, ich habe Rerun gedrückt, Start, Resume, okay. Gut, ähm, was man hier nicht sehen konnte, war jetzt eben, dass die 5 natürlich auch ausgegeben wird, beziehungsweise 5,5. Und ja, das ist im Endeffekt ein sehr, sehr angenehmes Tool, um mir zu sagen, was für einen, ähm, was für einen Wert ich habe. Jetzt, warum sollte ich das nehmen und nicht einfach automatisch, oder wirklich von Hand den Typ angeben? Diese, äh, Expression hier, die kann natürlich nur, oder nicht nur für diesen Fall angegeben werden, dazu aber gleich noch mehr. Aber egal, wo sie angegeben wird, das Ding ist relativ robust, ja, das heißt, ähm, es kriegt automatisch den richtigen Typ raus, es ist sogar teilweise schneller, weil ihr keine Conversion braucht, das heißt, ihr macht keine Typen, äh, hin und her Schaukelei, sowas wie Auto x gleich 5, Auto y gleich 5,5 und jetzt machen wir hier mal ein Auto z ist gleich, äh, z vielleicht, ist gleich x plus y. So, und jetzt machen wir hier mal den Debugmodus an und wir werden sehen, äh, dass ich mal wieder die Semikolons vergessen habe, ich bin auch wirklich boosted heute, ähm, so, und wir werden sehen hier, x hat den Wert int, y hat den Wert double und z hat auch den Wert double und das bedeutet, wir müssen hier nicht irgendwie hin und her schaukeln, was wir hier eigentlich gerade brauchen, sondern die Typen werden automatisch für uns richtig gemacht. Und ja, das ist eigentlich schon ziemlich cool, weil wir müssen uns jetzt nicht hier überlegen, ist vielleicht y ein Gleitkomma-Wert oder ist x ein Gleitkomma-Wert, was genau muss ich hier eigentlich für z für einen Typ haben und ich brauche keine Conversion oder sowas, das ist auch ziemlich angenehm. Ein paar Sachen gibt es allerdings zu beachten und zwar, ähm, nehmen wir einfach mal folgendes Beispiel hier, ähm, wir nehmen hier nochmal auto x ist gleich 5 und dann sagen wir hier, wir machen aus dem x jetzt wieder ein int, einen richtig schönen braven int und den, ähm, das beenden wir mal ganz kurz, so, und, ähm, sagen dann hier, okay, wir machen jetzt hier quasi eine Referenz draus, ähm, und zwar sagen wir jetzt hier xref einfach, ja, das ist quasi unsere Referenz und die setzen wir auf Account. Ah, Klatsch, ich habe es doch x genannt, ich bin doof. Ähm, genau. Und anschließend sagen wir hier, okay, wir wollen jetzt hier mal automatisch herausfinden, was für ein Typ eigentlich xref hat. xref type oder xref auto könnte man es auch nennen, ist gleich xref. So, und, ja, wenn wir jetzt hier tatsächlich hergehen würden und zum Beispiel sagen, xref, ups, xref ist gleich, ähm, 42 und geben das mal aus, see out x, äh, ne, wir geben x aus, handle, und anschließend, also das hier ist jetzt quasi über die Referenz, die 42 hier eingetragen, okay, und anschließend sagen wir hier oben, wir machen dasselbe mit dem Auto, ja, also sagen hier, Auto ist 1337, damit wir es unterscheiden können und sagen dann, wir wollen nochmal x ausgeben. Achtet darauf, wir geben nicht xref auto oder sowas aus, sondern wir geben direkt das x aus, ja. Wenn wir das jetzt hier ausführen, bekommen wir als Ausgabe 42 und 42. Warum bekommen wir hier diese 1337 nicht als Ausgabe? Nun, ähm, der Grund ist eigentlich relativ simpel, und zwar, wir droppen alle Referenzen, also, dass Auto eigentlich eine Referenz ist, wird hier gedroppt. Auch so Sachen wie const oder volatile, also, ihr seht, bei const kann ich zum Beispiel hier kein xref machen, ja, das geht nicht, ähm, aber ich kann mir hier ein xref Auto machen, weil dieses const wird hier einfach quasi gedroppt. So, ähm, ich kann auch, ähm, volatile nicht verwenden, also volatile wird auch gedroppt, ja, das heißt, das funktioniert alles mit, naja, es funktioniert schon, aber es hat halt ein bisschen andere Auswirkungen, also die, es wird so getan, wenn ich Auto dann hinschreibe, ähm, als, als wäre das quasi nie passiert, oder als würden diese Keywords da nicht stehen. Für Auto ist das immer nur ein Int hier, und das heißt, da muss man schon ein kleines bisschen aufpassen, wenn man das macht. Aber ich meine, wir haben ja auch schon gesehen, dass es zum Beispiel, ähm, mega geil ist, wenn wir zum Beispiel sowas machen wie bei Maps oder sowas durch iterieren, da brauchen wir den Iterator nicht wirklich angeben, sondern schreiben einfach Auto hin, das spart uns mega viel Zeit. Trotzdem muss man, wie gesagt, ein kleines bisschen vorsichtig sein. Ich will noch mal ein ganz kurzes anderes Beispiel hier geben, und zwar, ähm, wenn wir uns mal angucken, hier zum Beispiel Auto A ist gleich, ähm, geschweifte Klammer, und dann sagen wir hier 1,2, ja, oder sagen einfach auch nur 1, und schauen uns dann mal hier Cout A an. So, ähm, das wird erstmal so nicht funktionieren. Hm, ja, nee, das wird so nicht funktionieren, natürlich, logischerweise. Ähm, ich will eigentlich bloß hier mir ein Breakpoint machen, damit ich euch den Typ zeigen kann hier. So, wir sehen hier, A hat jetzt den Typ std initializer list int, ja. Das heißt, wir haben hier quasi eine Liste gebaut. Während, wenn ich jetzt hier aus Versehen hergehe und das Gleichheitszeichen weglasse, ja, dann passiert folgendes, dann wird mein A plötzlich zum Integer. Das heißt, es denkt, okay, dieses A, das lasse ich jetzt weg, das ist quasi für mich ein Integer. Wenn ich jetzt allerdings hergehe und sage, ich möchte A, also 1,2 oder sowas haben, und das dann laufen lasse, dann bekomme ich kein Integer mehr, logischerweise, weil das nicht geht, sondern ich bekomme einen Fehler. Das heißt, hier wird dann, äh, also versucht es quasi, mir eine Liste zu bauen, aber es funktioniert halt nicht. Während, wenn ich jetzt hier natürlich die Gleichheitszeichen wieder setze, dann funktioniert das Ganze. So, ähm, und ja, jetzt kriege ich quasi hier wieder meine Liste zurück. Ach, ich habe einen Breakpoint, ups, aus Versehen nicht genutzt. Hier haben wir wieder eine Liste natürlich. So, ähm, was ich jetzt allerdings nicht machen darf, ist, ich darf nicht zwei, also zwei verschiedene Datentypen hier drin haben. Das geht natürlich nicht. Sonst, ähm, ja, sonst habe ich hier Schwierigkeiten und meine Liste weiß nicht, welchen Typ die Liste eigentlich haben soll, weil, äh, ja, ihr versteht, ähm, das sind zwei Datentypen. Das hier ist ein Integer, das hier ist eigentlich ein Double. Sprich, eigentlich sollte das auch ein Double sein, damit wir hier keine Probleme kriegen. Also, wenn ich das so mache, sprich, ähm, 1,0 und 2,42, dann habe ich wieder eine Liste und zwar natürlich eine Liste aus Doubles. So funktioniert das Ganze eigentlich ganz gut. So, ähm, jetzt ist natürlich das Verrückteste, ich kann das Ding auch für Funktionen anwenden. Und dazu mache ich hier ganz kurz eine Funktion Auto, ähm, Auto-Fu natürlich, wie könnte das anders sein? Und dann sagen wir hier Return 42. Und mein Auto, die duest mir jetzt hier automatisch, was das eigentlich für eine Funktion ist. Das heißt, wir können hier direkt sehen, was das eigentlich sein soll, beziehungsweise wir sehen es eben nicht, aber der Compiler macht das quasi für uns, wobei ich vielleicht auch irgendwann mal die Funktion Auto, äh, die Funktion Fu hier verwenden sollte. Ähm, sagen wir mal hier X ist gleich, sagen wir einfach mal Auto-X genau. Auto-X ist gleich Fu, habe ich X schon benutzt, natürlich, ähm, Auto-Fu-Ware ist gleich Fu. So, und jetzt muss ich natürlich hier erstmal Fu definieren, ähm, nehmen wir hier, na komm, wo ist das Split? So, wunderbar. Und jetzt kann ich die quasi hier oben drüber hängen. Okay. Also normalerweise würde man das hier natürlich mit Headern machen, aber, ja, wie gesagt, für uns passt das erstmal. So, wenn wir das jetzt laufen lassen, sehen wir hier, oh shit, wir kriegen einen Fehler, ja. Wir kriegen hier den Fehler Verwendung von Auto-Fu-Vorherleitung von Auto. So, das heißt, ich versuche hier quasi Fu aufzurufen, bevor meine Funktion eigentlich weiß, was sie da genau tut. Und übrigens hier auch wieder geiles Feature von der IDE, ihr könnt hier quasi hin und her springen, ja. Ähm, das heißt, wir müssen irgendwie noch Fu erklären, bevor wir Auto-Fu verwenden können. Weil natürlich unser Compiler so ein bisschen böse auf uns ist und nicht weiß, was er da genau tun soll. So, und wenn wir das jetzt so machen, dann sehen wir hier, okay, jetzt hat es offensichtlich funktioniert. Jetzt ist, ähm, Fu war, ist ein Int geworden, wer hätte es gedacht. Und dementsprechend hat sich natürlich auch, äh, Fu, also die, die Funktion Fu hier zu einem Int reduziert. Und das ist natürlich genau das, was wir haben wollen. Das heißt, wir können das quasi bei allem einsetzen, wo man es einigermaßen, ähm, herleiten kann. Wo es natürlich nicht hergeleitet werden kann, da kann es auch nicht funktionieren. Das heißt, es gibt natürlich Richtlinien, es gibt natürlich sehr, sehr viele mögliche Fehler, Codes, etc., etc. Da kann viel schief gehen dabei. Ähm, das heißt, ich würde euch Auto empfehlen, wenn ihr euch, äh, wenn ihr wirklich wisst, okay, ich weiß, was das für ein Typ jetzt ist, aber ich bin zu voll, das da hinzuschreiben, weil es ein riesenlanger Typ ist mit irgendwelchen Templates oder sowas, wie zum Beispiel bei einem Iterator. Ja, aber ansonsten, ähm, versucht es vielleicht zu lassen hier. Okay, das soll es erstmal gewesen sein und wir hören uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann, ciao.